Hallo, da sind wir wieder, Inas Nacht, heute in Bestbesetzung, the one and only Till Schweiger is in the house und Deutschlands bester Gedankeleser Torsten Habener wird uns tief ins Hirn gucken. Milliarden aus Berlin machen ganz ganz tolle Musik und aus München kommen noch Exklusiv, oh mein Gott, los geht's. Mein erster Gast, der heute kommt, den hab ich tausendmal gefragt, er konnte nie oder wollte nie, weil er auf Malle oder Andréen war, er ist ein Moviestar, ein echter Moviestar, er macht die besten Movies, Moviestar, ja ein Moviestar, er macht die besten Movies, klar begrüßt man mir, den einzigartigen Till Schweiger. Danke schön. Gibt's dazu auch noch ein Glas? Kommt sofort, macht das sonst nie, sonst frage ich immer, trinken wir Bier, was machen wir, hallo, wie geht's? Aber wir haben jetzt 800 Mal gefragt, du konntest nie und deswegen ist es heute ein Champagner wert. Komm, wir gehen zum Tresen. Okay. Du kannst aber, dürfen wir zwei Gläser dafür haben, Frau Müller? Willst du mal durchrücken? Du kannst aber auch lieber Bier, was du möchtest? Nee, Bier trinke ich eigentlich nur im Sommer, wenn's heiß ist. Hab ich mir gedacht, mit Eiswürfel. Nee, ohne Eiswürfel. Bist du ein bisschen erkältet? Volles Rohr, ja. Alle, die da sind um mich rum, sind so krank, nur ich alte Wurst. Ist das alkoholfreier? Nee. Also wenn's so weit ist, hör ich auf, glaub ich. So. Prost! Prost, Jungs! Weißt du, was ich an sympathisch und von allen Dingen, die ich über dich gelesen hab, fand? Dass du gesagt hast, Menschen, die ohne Angst fliegen können und von vielen Fressen nicht fett wären, die bewunderst du. Und, und nein, die beneide ich, weil ich bin kein neidischer Mensch, aber die einzigen Menschen, die ich beneide, hab ich mal gesagt, sind die, die gerne fliegen, essen können, was sie wollen, ohne zuzunehmen und jederzeit schlafen können, wann sie wollen. Und dann auch so zehn Stunden am Stück. Kannst du nicht schlafen? Viel und gut? Doch, aber nee, zehn Stunden schaff ich nicht. Acht Stunden auch nicht. Was hast du gegen die Flugangst gemacht? Saufen vorher? Nee, ich hab mal so ein Seminar gemacht bei der Lufthansa, das hat auch echt viel gebracht, so gegen Flugangst. Und dann ist aber, dann sind zwei Maschinen runtergekommen, das hat dann irgendwie das alles wieder kaputt gemacht. Genau wie bei mir, weil es war vorher alles cool und dann war so dies und das und dann gab es diesen Absturz irgendwo über Kanada, weißt du das noch, die eine halbe Stunde über Wasser am Abstürzen war und ich nicht mehr in den Fliegen steigen konnte. Ja, das war genau das, das war genau das Unglück, das mir den ganzen Kurs wieder kaputt gemacht hat. Und dann war wieder Alkohol dran. Nimmst du Tranquilizer, wenn du fliegst? Nee, das habe ich einmal gemacht, da bin ich von Montreal nach Paris geflogen und da hat mir einer so was gegeben, sagte hier, nach dem Essen trinkst ein Glas Wein, popst die Pille und dann schläfst du und wachst in Charles de Gaulle auf. Du merkst gar nicht, wie das Flugzeug landet. Und ich nehme die Pille und nichts passiert. Und erst im Sinkflug nach Paris merke ich auf einmal, oh. Das ist natürlich unangenehm, weil du wieder arbeiten musstest wahrscheinlich. Nein, aber ich musste meinen Anschlussflug finden und ich war völlig auf Droge. Die haben eine halbe Stunde versucht, mich zu wecken. Wäre schon mal eine schöne Filmszene, sowas. Ich habe deinen Film gesehen, der jetzt erst anläuft und ich durfte in eine Privatvorstellung gehen, Honig im Kopf. Und der war ganz, ganz toll. Und ein neues Thema finde ich für Schweiger, der sonst eher zwei hippe Leute leben in Berlin. Hast du jetzt gesagt, geh mal das Thema Demenz an. Ja, deswegen habe ich auch immer gesagt, der Film ist eigentlich, geht so in der Tradition von Knockin' on Heaven's Door und Barfuß. Also sicher tragischer als Barfuß, aber es hat eben auch eine, sage ich mal, eine traurige Grundanlage, weil der Mann ist dement. Und Demenz verläuft eben immer auf ein ganz tragisches Ende hinaus, läuft hinaus. Und was aber, was wir eben zeigen wollten, ist zum einen, dass Kinder, das weiß ich aus meiner Recherche, Kinder mit dem Dementen eigentlich, also kleine Kinder mit Dementen viel natürlicher umgehen und viel, viel schöner, also besser auf die eingehen als Erwachsene. Naiver, also positiv naiv wahrscheinlich. Ja, natürlich naiv, aber eben dadurch auch viel angenehmer. Stimmt es, dass du immer deine Drehbücher deinem Papa gibst als erstes, damit der das mal liest, so? Machst du das immer noch? Ich mache das immer noch, aber nicht als erstes, sondern es gibt so ein paar Leute, denen ich meine Bücher gebe, da gehören auch Freunde dazu. Und auch mein Vater und eigentlich jeder, der Interesse hat. Also es wird keiner von mir genötigt, ein Buch zu lesen, aber wenn einer sagt, ja, das ist wichtig, das ist immer ein guter Input, den man bekommt. Aber er hat ja mit Film gar nichts zu tun. Eben deswegen. Aber er sagt immer, ihm wäre immer ein bisschen zu viel Sex drin, ein bisschen zu viel Gerede über Sex. Das hat er bei Honig im Kopf nicht gesagt. Da hat er es nicht gesagt. Du gehst, glaube ich, genauso ungern wie ich in ein normales Kino, wo gegessen wird. Mittlerweile gibt es ja schon warmes Menü, wo es nach Hähnchenflügel riecht und sowas. Ist das nicht ganz eklig? Das ist furchtbar. Könntest du nicht, weil du so reich bist, in Hamburg das erste Kino eröffnen, wo es nur Whisky und Zigaretten gibt? Und Essverbot wäre doch schön, Jungs. Wir machen es so, weil ich so viel Geld habe und du so viel Geld hast, machen wir zwei Kinos ab. Ich, das Nichtraucherkino mit Whisky und Sprechverbot. Und es gibt nur Kino 1 und Kino 2. Wir machen kein Programmkino, wir machen richtig gute, große Filme. Wir fangen jetzt nicht an zu sagen, oh, mit Untertitel und so einen Scheiß. Doch, doch, wir strahlen unsere Filme nur im Original aus. So was meine ich, das machen wir nicht. Also entweder deutsche Filme oder original französisch, original amerikanisch, original britisch. Guckst du die? Guckst du original ab? Natürlich, ich gucke keine synchronisierten Filme. Ich finde das so schlimm. Aber verstehst du denn original französische Filme? Sprichst du so gut französisch? Bien sûr. Ohlala. Nein, also französisch, nein. Du musst dazu die Untertitel haben. Okay, in meinem Kino laufen denn nur synchronisierte und bei dir nie. Frischgepresster Saft, nicht synchronisiert, nicht rauchen. Und bei mir das Gegenteil. Nur Blockbuster, Untertitel und synchronisiert Whisky. Das wäre lustig. Nein, du hast keine Untertitel, weil die sind synchronisiert. Die braucht man ja nicht. Nein, ich dachte, für die, die nicht mehr hören. Meine Schentis können meistens besser gucken als hören. Deswegen dachte ich, den können die noch mal so lesen und so. Du bist 50 geworden. Ich bin jünger. Ich bin jünger. Nicht mehr lang, oder? Nicht mehr lang, ich glaube ich bin ein halbes Jahr junger. Messt du schon Blutdruck manchmal? Ich habe schon mal Blutdruck gemessen, ja. Und ist immer noch alles gut? Naja, wenn ich so eine Nacht richtig durchgemacht habe, dann ist der schon mal ein bisschen höher. Aber sonst habe ich normalen Blutdruck, ja. Und hast du schon so Grunderkrankungen? Naja, weißt du, was ich meine? Ja. Was man so hat irgendwann so. Prostata. Ja, so. Gehst du da zu Untersuchungen? Ich habe schon so eine Untersuchung gemacht, ja. Machst du mir da auch einen? Bist du auch eiswürfelsüchtig? Ja, wenn der so warm ist, ne? Er kam aus dem Kühlschrank. Ja, er kam aus dem Kühlschrank. Vor einer Stunde, ne? So. Ähm. Tabletten nimmst du aber noch nichts gegen irgendwas ein? Ähm. Ich überlege, was sind denn eigentlich Herzinsuffizienz? Aber dafür bist du zu jung, ne? Ja. Machst du schon noch Sport mit allem? Hast du dein Bad schon so ein bisschen umgebaut? Du meinst, hab ich so. Ja, ja. Ich habe sogar schon einen Lift an der Treppe. So was hast du nicht, einen Treppenlift? Doch, habe ich. Ich fand das in deinem Film ganz lustig, dass alles wirklich wunderschön war in dem Film. Alles war wie so gestylte Brotdosen, Becher. Alles war ganz schön. Nur die Gehhilfe vom Demenzkranken, die gibt's noch nicht von Manufaktum, dachte ich so, als ich den Film sah. Ja, also ... Das schoss richtig raus, dass die nicht stylisch ... Die haben ja gar keine Gehhilfe. Doch, einmal geht er mit Summen. Nein. Doch. Hast du einen anderen Film gesehen? Vielleicht ... Vielleicht war das in einem Altersheim, wo noch ... Ach, das war ... Als ich mir das Altersheim ... Da lief jemand ... Die sehr lustige Oma, die immer noch so viel Sex hat. Aber wir verraten viel zu viel, das geht gar nicht. Nee, also das war wirklich ... Das war ja auch nicht das Heim von Ihnen. Also das war ja ein Heim, das er sich angeguckt. Ja, ja, ist ja auch nicht ... Und da war tatsächlich jemand mit einer Gehhilfe. Und werden dir nicht ständig Drehbücher geschickt? Aber die lese ich seltenst. Ja? Ja, ich hab dann Leute, die das für mich lesen. Weil die meisten Drehbücher sind einfach nicht gut. Und es gibt nichts Schlimmeres, als ein schlechtes Drehbuch zu lesen. Das ist richtig ... Das ist eine Qual. Hast du denn so eine Handvoll Menschen, wo du weißt, wenn die den Film gucken und die sehen das, die können den mit dir aufdröseln und sagen, das war gut, aber da hätte ich nicht und da mache ich ... Nee, das sind eher Freunde. Also ich hör dann eher auf Freunde als auf Kollegen. Also Leute, die nichts mit Filmen zu tun haben, haben ein viel schärferes Auge für meine Filme. als jemand aus der Branche. Ah ja. Also ich hab damals den Bernd Eichinger in Okina und Hervensdor gezeigt. Und der hat sich den angeguckt und hat viele Sachen gesagt. Ich dachte, ah ja, okay, mach mal. Aber eben auch ganz viele Sachen, wo wir gedacht haben, was sollen das jetzt? War der dein Ohrheim und Mentor schon, ne? Das war schon mein Ohrheim und Mentor. Und trotzdem hat mein Mentor damals zu uns gesagt, ja hier, der Moritz Bleibtreu, der muss synchronisiert werden, der muss Hochdeutsch reden. Und wir so, äh, was, äh, was ist los, ne? Weil das war ja, das war ja so geschrieben und das war ja auch einer der Winner in dem Film. Aber wie lustig. Hat er nicht verstanden? Hat ihn nicht verstanden, ne? Du warst nicht bei seiner Beerdigung, weil du woanders warst? Ich war woanders, weil ich ja nicht da war. Ergo war ich woanders. War dein bester Freund? Es war nicht mein bester Freund, aber es war jemand, den ich, äh, den ich sehr geliebt habe und den ich sehr vermisse. Und, äh, weil ich ja, äh, ich hasse Beerdigung und ich wein dann auch ganz viel und ich wollte nicht vor den Kameras da ... Du bist auch so ne Heulsuse wie ich nämlich. Ich bin keine Heulsuse. Merkst du, dass das im Alter, dass du so ein bisschen ... Ich merke, dass ich so seit, nämlich so zwischen 40 und 50 jetzt heulig mehr als früher. Wenn du in den Spiegel guckst, oder was? Witzig, witzig! Was lädt? Was lädt? Was lädt? Das kenn ich nicht! Oh! Juhu! Danke, ich liebe euch! Nee, also mit dem Alter hat das, glaub ich, nix zu tun. Gibt's eigentlich irgendwas, wofür du dich zu alt fühlst? Wo du sagen würdest, dafür bin ich zu alt? Ja, klar, es gibt Rollen, für die ich mich zu alt fühle. Für die ich zu alt bin. Lover? Ne, also Lover. Es gibt ja auch noch rüstige, ältere Menschen, die Lover sind. Aber jetzt irgendwie ... Also jetzt, jetzt ein ... Sag ich mal, jetzt so eine Rolle, die ganz klar, sag ich mal, konzipiert ist für einen Elias M. Barek, da wär ich zu alt für. Bist du eigentlich jemand, der je zäunig ist? Weil das in manchen Interviews gab es so Geschichten von dir, dass du mal Türen eingetreten hast und Rosenverkäufer verpultet. Ja, ich hab jetzt nicht ... Aus Jezorn plötzlich so, äh, ich hab mein Klätzchen nicht gekriegt, jetzt dreht sich mal eine Tür an. Aber in Gestreits, ne, in Auseinandersetzungen, die irgendwann eskaliert sind, dazu brauchst du ja immer mehrere Leute. Oder mindestens zwei. Du musst dich provozieren. Ja, oder ich muss mich absolut ungerecht behandelt fühlen. Da kann ich schon auch austitschen, so. Und schläfst du mit zwei riesigen Decken und benutzt beide? Nee, ich benutze nur eine. Jetzt ist es ja so, dass ... Äh, woher weißt du nur das? Weil ... Oh mein Gott, da ist mir jetzt aber was rausgerutscht. Das stimmt ja, du warst ja ... Ich wundere dich nicht, wenn ich dich in drei Wochen nicht wiedererkenne. Aber Dana, sogar am 50. durfte Dana doch ein Weltinterview machen. 50 Dinge, die keiner über Till weiß. Habt ihr das gemeinsam gemacht? Nein, bist du ... Naja, ich frag mich, weil ... Also ich weiß gar nicht, wenn mein Freund das mit mir machen würde, ob ich nicht sagen würde, bist du wahnsinnig, wenn sie erzählt, dass du mit deinen Stoffdielen schläfst? Jetzt rat mal, erst mal, es stimmt nicht alles, was sie da geschrieben hat. Zweitens mal, bin ich ja nicht mehr mit ihr zusammen. Nee, trotzdem noch schlimmer. Ja, also ... Sie hat ja auch nette Sachen geschrieben und ein paar weniger nette Sachen. Ja, sie hat auch tolle Sachen, aber ich finde zum Beispiel, wenn ich ... Aber für den zwei Decken, ich mag das, eine Decke zu haben. Eine große Decke. Eine, aber zwei große. Was macht man denn damit? Ach so, aber das ist ja selten leer, dass du beide Decken brauchst. Das ist sehr leer. Was? Ist es du? Witzig! 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 Heute haben wir wieder! Witzig! Witzig! Ich sag, das Band ist wirklich leer und dann sagt ihr witzig! Witzig! Ist doch witzig! Super, euer Mitgefühl! Danke! Du bist unser deutsches Schauspieler-Sexsymbol, unser Brad Pitt, unser deutscher Brad Pitt und da kann sich keiner von uns, Shantys und ich, wir können uns nicht vorstellen, dass du alleine ... Da fällt mir eine gute Geschichte ein. Ich war vor ein paar Jahren mit meinen Töchtern, ich glaub, in einem ... Mediamarkt, ne? Und da kam eine Frau, die Verkäuferin zu mir und sagte, sind sie Till Schweiger? Und ich so, ne, ich bin Brad Pitt. Nein, erst! Kein Scheiß, ey! Hey! War das nicht total spannend, damals bei den Bastard-Filmen da mitzumachen, an Glorious Bastards? Doch, es war spannend. Ganz toll, weil ihr habt ja diese Szene, wo du da sitzt mit all diesen Heroes. Welchen Heroes? Nein, aber du weißt doch, deine erste Szene, glaub ich, in dem Film, wo ihr da alle sitzt draußen und die ersten beiden Nazis werden reingeführt und der Untergrund wird vorgestellt. Das war so toll, wo ich dachte, jetzt muss dem doch so die Düse gehen. Nein. Bist du nicht beeindruckt? Nein. Was beeindruckt dich denn, wo du sagst, da geht mir echt die Düse? Würde es noch irgendwas geben, was du erleben, was du dir so wünschst? Beim Fliegen geht mir die Düse. Ja, aber positive Düse? Ich hab damals, also ich 2000, sollte ich dann in Beverly Hills den Sylvester Stallone treffen, weil der wollte mich treffen. Und dann hab ich den im Peninsula Hotel getroffen. Sylvester Stallone? Ja, so ein ehemaliger berühmter. Ich kenn den, aber dass der dich ... Ja, Entschuldigung. Und da war ich echt nervös. Und dann hab ich mir die ganze Zeit auf dem Weg dahin im Auto immer versucht vorzustellen, wie der auf dem Klo ist und kackt. Ja, so um den Respekt, also diese Ehrfurcht. Ja, den übertriebene Respekt zu verlieren. Ja, diese Ehrfurcht. Ja, genau. Dann stand ich vor ihm und nach drei Minuten war das vorbei. Ich musste bei dem Gespräch gar nicht mehr dran denken, wie er kackt, sondern das war dann einfach ein Kollege. Habt ihr eure Bierdeckelchen schon geschrieben? Dann würde ich vielleicht sagen, wir sammeln die mal ein und machen gleich die Bierdeckel. Für die Bierdeckelfragen kann ich nicht zu, hast du die Sendung ja schon mal gesehen, ne? Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Wenn da jetzt so Freundinnen fragen kommen und willst du noch ein Kind und sowas alles, kannst du auch mal sagen, nächsten Deckel. Lustig, lustig. Witzig, heißt das. Bist du eigentlich ein modischer Typ? Ich hab natürlich meinen eigenen Stil. Aber das ist ja schon modern. Weißt du, dass da kein mieser Kragen ist, sondern dass das so abgeschnitten wird. Aber weißt du, ich hab vor 30 Jahren mir meine Sweatshirts selber den Kragen rausgeschnitten. Dann war ich also so ein Trendsetter. Stimmt es, dass du nie Socken und Unterhosen an hast? Lustig, lustig. Witzig. Ne, das stimmt so nicht. Ich trage im Sommer in der Tat selten Unterhosen, aber im Winter auf jeden Fall und Socken auch. Obwohl jetzt trage ich gerade keine Socken. Aber wieso sagt man denn, du hast es glaube ich irgendwo gesagt, ich trage Unterhosen nur, wenn ich abends noch was vorhabe. Hä? Also nach dem Motto, wenn du weißt, du musst die Hose ausziehen. Ne, dann brauche ich ja gar keine anziehen. Und du warst aber ja, als du, äh, ich war das als du in Amerika warst, für Boss Unterhosenmodel. Und dann warst... Ne, ich war für Boss war ich Model, also für Hugo. Ja. Zwei Jahre lang war ich Model für die, äh, also weltweit für die Kampagne. Mhm. Das war 99 und 2000. Ich war für Skinny, das ist eine österreichische Unterhosenfirma. Kenn ich, gibt's auch für Frauen, das ist ganz gut. Gibt's auch, ja. Für die war ich Unterhosenmodel, das war es aber auch schon lange her. Und welches Bild hing denn am Sunset Boulevard, Haus groß? Das war Boss, das war nicht Skinny. Also nicht in Unterhosen, sondern im Anzug? Im Anzug, ja. In Amerika? Ja. Hast du das gesehen, wie das da hing? Bist du irgendwo, bist du da vorbeigelatscht und hast gesagt, das bin ja ich? Ne, das war ja nicht nur am Sunset Boulevard, sondern am Beverly Center, das größte Einkaufscenter in Beverly Hills. Riesig, war die ganze Wand mein Portrait, ne? Da flippt man doch aus, wieso muss man da normal bleiben? Nein, ich bin da... Ich bin mit meinem Sohn, der war damals zwei, ne, zweieinhalb, bin ich da immer dran vorbeigefahren. Rechts, links, gewendet, ne? Ja, und? Es gab aber dieses Handy-Dick noch nicht, ne? Ja, nein. Meine Sinten war ja so, Papa! Ach endlich! Aber er konnte es so schlecht weitererzählen, weil er ja erst zwei war. Ja, nein, nein. Ich war dann, ich war in der meisten Zeit dann, hab ich ja in Europa gearbeitet und hab dann meine damalige Frau gebeten, weil ich wusste, nach einem Jahr wird das Billboard am, also das Plakat am Sunset Boulevard abgehängt. Genau. Und dann bat ich meine Frau noch ein Foto zu machen, ne? Als Erinnerung, weißt du? Damals hab ich gedacht, ich werd wahrscheinlich nie ein Billboard haben am Sunset Boulevard, dann eben als Model. Super, ne? Ich hatte dann später Billboards mit Filmen, die ich gemacht hab. Und das konnte ich damals noch nicht wissen und dann hat sie das Foto gemacht und dann sag ich, zeig mal. Dann hat sie das Foto und das hat sie mit voller Absicht so gemacht. Also so katriert, also sie hat das so dicht rangegangen, das hätte auch hinterm Aldi ein paar Glatz hängen können. Ich glaube ja, dass Dana ganz cool ist. Ich glaube ja, dass Dana ganz cool ist. Also in sowas, wenn... Die kann cool sein, ja, ja. Die ist eine coole Frage, ja, ja. Das ist eine coole Frage. Ja, glaub ich. Wollen wir mal die Bierdecke in mir rüber geben und wir würden uns Till jetzt hier raufsetzen quasi. Ja. Schaffst du das, deine Beine jetzt lang auszustrecken und über meinen Kopf sexy hier so rüber zu schwingen? Weißt du, ich würde so stehen bleiben, du machst... ... der Schlagzeuger würden rrrrrrrrrórr 바�ста, machst... DAS schau, ich kann sie lang ... Lass, die Beine lang... Ich kann sie... Ich kann sie lang machen und dann so rüber, und dann so. Das wollen wir sehen! Noch ein bisschen langsamer! Langsam? Das ist so mechanisch. Aber jeder ist ja gewünseln, nicht? Aber jeder ist ja anders. Der eine will ja ganz schnell den anderen langsamen. Aber ich..." Aber das soll doch ein bisschen sein, am besten so soll es sein, wie nennt sich denn das Wort noch? Gaggen. Es gibt doch so, nee, nicht Blasen ist ja harmlos, was wir alle machen, sondern das, wenn du... Gaggen. Gaggen? Jetzt zum dritten Mal, also hier so hin, oder wie? Gaggen? Ja, Deepfro. Das hab ich gemeint. Deepfro, das ist so. Ja, das ist so. Nein, das war jetzt ein Wildschwein auf der Treppe. Ja, aber Deepfro ist ja Wildschwein, also es hört sich ja so an. Und ich bin mit dem Hintern auf deine Hand gelandet, das auch noch, das kann nicht schöner werden. Wir haben mal wieder im Internet rumgeguckt, was gibt's denn Neues auf dem Musikmarkt? Und das war so schön, weil wir einen Schnipsel von dir, Johannes, und von dir, Ben, weil ihr zwei seid eigentlich Milliarden, und wir haben einen Schnipsel gefunden und ihr habt gesagt, ja, ja, wir heißen Milliarden, es gibt uns auch schon, wir haben aber noch gar nichts veröffentlicht. Also für alle, die gleich so wie ich ausflippen werden, man kann diesen Titel kaufen, aber jetzt hören wir erst mal das Lied. Ist kein Kaufzwang, ne? aber ich kann's nur ans Herz legen. Milliarden! Milliarden! Ich komm nicht! Ich komm nicht! Ich komm nicht! Denn ich wusste, dieser Blue spielt im letzten Takt Und du riffst die Titelmelodie Man hört dich laut und glaubt, man fliegt Bei dir ist Frieden, sonst ist Krieg Die Stühle hat gesiegt Vergiss mich nicht Vergiss mich nicht Vergiss mich nicht Vergiss mich nicht Oh Du riffst mein Schüsse, bloß Hör mich auf zu spielen Hör mich auf zu spielen, kennst du die neuen Lieder Sag, gefallen sie dir? Kannst du mich singen hören? Ich kann mich singen hören Hörst du die neuen Texte, die nichts auf Liebe schwören? Hör auf an mich zu denken, ich spür dich, als wärst du hier Du schneidest meine Haare und ich spiel Klavier Solang die Schere klappert, kann mir nichts passieren Denn du bist alles, was ist wie, die Verzerrung und der Mie Bei dir ist Frieden, sonst ist Krieg Die Stühle hat gesiegt Vergiss mich nicht Vergiss mich nicht Vermiss mich nicht Vergiss 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 mich nicht Millianisch Millianisch So ein gründer Violetta Yes Tausend Dank Danke schön Jungs Und so schnell kann es gehen Ja, stimmt Es ist ganz, ganz toll Ich freue mich, dass ihr da wart Ich drücke die Daumen für alles, was ihr jetzt noch vorhabt Ich bin Fan Deswegen noch mal einen Applaus für Milliarde! Wärst du eigentlich in deinem Leben gerne Musiker geworden? Gab es den Moment, Schauspieler oder Musiker? Nee, den gab es nicht, aber ich habe immer gesagt, das Einzige, womit ich tauschen wollen würde, weil ich liebe meinen Beruf, ich liebe das, Filme zu machen. Von Herzen, das ist für mich auch keine Arbeit. Ich schätze mich da ganz glücklich und privilegiert. Aber ein guter Freund von mir ist der Ryan Tedder von One Republic. Und aus unzähligen Gesprächen weiß ich, das ist der Einzige, mit dem ich tauschen wollen würde. Oder mit einem Musiker, der von seinem Beruf leben kann. Ich glaube, es ist nicht relevant, ob du vor 500 Leuten spielst oder vor 20.000. Aber wenn du einen Film machst, musst du dich ins Kino schleichen. Um die Reaktionen zu sehen. Und wenn du ein Konzert gibst und du merkst, du verzauberst die Leute mit deiner Musik im Moment. Ich glaube, was Schöneres gibt es nicht. Ja, ich glaube das auch. Ich glaube, du hast ja dieses, ein Lied gesungen, ein Applaus. Und du hast ja selten, außer du schleifst dich heimlich rein, den Applaus nach deinen Filmen. Und das gibt es ja meistens nur bei Premieren. Also du holst dir ja den direkten Applaus als Nahrung für deine Seele und dein Schaffen gar nicht so ab. Nee. Das ist bei Musik natürlich super. Und man kriegt natürlich auch auf die Fresse. Also das ist auch direkter. Alle Menschen, die Erfolg haben, kriegen auf die Fresse. Aber nicht von ihrem Publikum, sondern von Leuten, die darüber schreiben. Ich glaube, schön ist einfach, sich das gar nicht anzugucken. Also ich gucke mir das einfach nicht an. Was ich nicht weiß, macht das nicht heißen. Das lebt sich. Das könnte ich glaube ich nicht so. Das wird mich schon fuchsig. Das gar nicht. Du kannst das? Lachen mittlerweile? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Alter, Diggi. Diggi! Was ist dein Problem, Diggi? Rufst du manchmal auch an jemanden und sagst, was ist ein... Nee, das meinst du nicht. Sind Ami-Frauen unkomplizierter als deutsche Frauen, schätze ich. Generell sage ich mal, man sollte nie pauschalieren, weil es gibt solche und solche. Ich würde sagen, ich war mit einer Verheiratet, die deutlich komplizierter ist. Als normale. Würdest du das mal auffüllen mit Getränk und Dings? Ja, klar. Aber ich bin ja ein bisschen Dana-Fan gewesen, weil ich fand die immer sehr geradeaus, so sehr erwachsen und humorvoll. Ja, das ist ja auch okay. Das war ja auch der Grund, warum du mit ihr wahrscheinlich zusammen warst. Aber du warst ja nicht mit ihr verheiratet. Weil die streng ist. Ich glaube, die ist streng. Ja, genau. Und deswegen kam ich nicht mit ihr zurecht. Nur da kann. Okay, nächste Frage. Dein peinlichster Moment während eines Drehs. Ich bin der schlechteste Anekdoten-Erzähler. Die habe ich nie. Wenn einer fragt, was war das Lustigste, was beim Dreh passiert ist, ich immer so... Äh äh... Mach nichts! Fragst du nach dem Sex eine, wie du warst? Schatzi? Immer. Die erste Frage, ne. Und wenn ich nicht komme, dann sage ich zu der Frau, passiert dir das öfters? macht nichts kann doch jeder mal passiert gerade heute wieder in einem einschlägigen glatt gelesen es gibt überhaupt gar keinen vaginal orgasmus soll nicht wieder spannend also ich sag mal die neuesten medizinischen checks haben mit rausgefunden es geht einfach nicht und es gibt es einfach nicht man fragt sich nur wer wann anfängt zu spielen das muss ja irgendwann also die doofen also es ist ja so doof wenn du was vorspielt du bist ja bescheißt ich ja nur selber aber es kommt ja immer die diskussion dass dann jemand sagt ja aber wieso andere frauen kriegen doch auch einen vaginal orgasmus und wenn man dann versucht dass man nicht wo man denkt vielleicht beweist ist jetzt endlich mal jemand und dann war ich ganz froh kommst du in der rolle in inglorious bastards konntest du dich mit der rolle identifizieren was heißt identifizieren also da ist doch nur geil dabei zu sein der film ist super film treibt mit dauerschauer über den rücken ich habe ja ich bin ja ich habe ja lange in amerika gelebt und ich habe damals zu meiner agentur gesagt ich werde auf keinen fall nazi spielen und er hat bestimmt 20 rollen abgelehnt wo ich nazi spielen sollte und also auch von sehr namhaften regisseuren von großen projekten und irgendwann kam dann das angebot von tarantino dass ich den spiele der jetzt die nazis abmogst und da habe ich gedacht da habe ich gedacht hier schließt sich ein kreis das hat sinn gemacht aber du hast auch direkt gelesen wer alles mitmacht und so das war das drehbuch zu gut und konnte man das am drehbuch schon sehen dass es toll ist na klar du siehst am drehbuch schon auf der film was du kannst ein tolles drehbuch haben und einen scheiß film draus machen aber du kannst aus dem schlechten buch nie guten film machen das geht nicht schämst du dich im nachhinein für manntamanta gott wie lange ist das ja das habe ich nicht nur eine neue das war meine erste das war meine erste kino hauptrolle da war ich gerade zwei jahre von der schauspielschule hatte eine gurkenrolle in der lindenstraße und war die chance bekommen im casting eine hauptrolle in einer bernd eichinger produktion zu spielen und schäme mich in keinster weise das ist mein populärster film nach wie vor den kennt eigentlich fast jeder deutscher und ich habe jahrelang gesagt wir müssten eigentlich einen zweiten teil davon machen kannst du dialektisch sprechen till nur hessisch so ein bisschen also nicht richtiges hessisch aber ich bin da halt aufgewachsen ich kann es geht ich kann hessisch babble kann ich nicht so richtig ist er mit dem bämbel noch mal immer wenn ich da wieder bin wenn ich in der heimat bin dann redet man automatisch wieder so ein bisschen aber ich kann jetzt keine dialekte leider hat dein nuscheln denn was mit hessisch zu tun hessisch zu sagen ist schon schwer hessisch hessisch ist ein richtiger zungebrecher ne hessisch ne das ist hat mit dem hessischen nichts zu tun das ist einfach mundfaulheit nur schlimm ich finde wir haben fast alles abgearbeitet gibt es noch irgendwas was du wissen möchtest wie fandst du eigentlich meinen neuen film holen ich im kopf ganz toll also ich sag applaus schon nicht im kopf und wir holen wenn du denkst du denkst dann denkst du nur du denkst der torsten merkt das nicht der schaut dir in die augen und dann schaut er ins gesicht wenn du denkst du denkst du denkst du denkst du denkst du denkst du hast dass ich lüg und weiß er das wirklich oder red er einfach nur und kommt er uns mal eben auf die billige natur begrüßt mit mir zusammen torsten hauener torsten ja hallo kennst du dieses lied noch ich habe das von ewigkeiten mal gehört ich kannte das nicht mehr also das mit mir auf dem schirm kann man sagen du bist fachmann für mimik und körpersprache in erster linie bin ich unterhalter also ich habe mich mit den sachen schon auch stark beschäftigt ich bin entertainer ich bin damit auf tour was es geht mir darum leute zu unterhalten mit dem ich da gelernt habe klar also ich komme hier ursprünglich aus der zauberei ich habe als ich so 13 14 war angefangen zu zaubern und habe wirklich in jeder kneipe die es im saarland gibt wo ich ursprünglich her komme habe ich karten tricks gezeigt und da muss man irgendwann sehr gut leute einschätzen können habe ich gemerkt ich kann das sehr sehr gut und diese themen sind mittlerweile bestandteil der show kennst du till er kennt ihr euch also erkennt uns nicht persönlich zu tilden torsten wir haben in der kneipe nebeneinander gesessen aber da wirst du dich nicht in köln wasser genau habt ihr geküsst nein wir haben nicht geküsst das wüsste ich wir müssen jetzt dahinter rutschen und gucken oh gott ich bin mir der hacke durch deinen holzfußboden frau müller und du gehst noch mal vielleicht in die tipp und ich würde hier bleiben was trinkst du denn wir haben hier dieses getränk für uns eröffnet noch was drin ist sag mal du machst ja auch so outfit analyse am rande also natürlich sagt die kleidung schon jede menge über uns aus je nachdem wie wir irgendwo hingehen was solltest du bei tilsam ist der heute gekleidet das hatte er heute vor er wollte wahrscheinlich nicht die moderatorin aufreißen doch er hat es ja versucht was sagen menschen durch ihre kleidung sagen sie wirklich was aus oder ist das nicht alles an mode trend das kann man einem satz nicht beantworten also zum beispiel wenn jemand sich grundsätzlich anders anzieht als alle anderen dann zeigte damit ich bin individuum ich will nicht zur gruppe gehören das witzige ist nur dass zum beispiel unheimlich oft randgruppen die das machen in sich schon wieder so uniform sind dass sie ja da auch wieder zueinander gehören viel spannender ist eigentlich die farbwahl also was für eine farbe hat jemand daran das war ich zum beispiel ganz cool als ich das buch geschrieben habe da habe ich eine studie gelesen dass rot offensichtlich wirklich eine ganz besondere farbe ist beim flirten aber generell beim flirten ist es so dass frauen die ein rotes oberteil anhaben dass die viel öfter angesprochen werden dass die viel begehrenswerte erscheinen schwarz funktioniert ja immer aber ich weiß gar nicht schwarz hat man ja anwalt so ein bisschen schlank macht also sonst ich habe überhaupt nicht ein einziges rotes teil in meinem schrank ich auch nicht aber wenn ich kellner werde aber das wusste ich nicht ich dachte ich finde ja immer rot ist so eine unfarbe für frauen es geht noch ein bestimmten alter die jahren aber auch ich möchte ein bisschen pep in mein leben bringen ja und dann ziehen die so rot an ja also wenn ihr das nicht gefällt wenn du sagst das ist mir zu gewollt zu bemüht dann reicht es auch wenn du dich zum beispiel von rote wand rote wand kannst du dich setzen das färbt sich auch die leute vor einer roten wand erscheinen attraktiver oder rote fast roh ja ne gilt noch nicht das ist noch nicht wirklich rot also farben finde ich ganz spannend aber dann stimmt es dass männer wirklich als signal wenn frauen rote lippen haben und hast ein rotes oberteil ja da können wir nicht anders da kommen wir nicht aus unserer haut und können wir auch tausend mal sagen ich stehe nicht auf solche oberflächlichkeiten doch da stehen wir alle drei nicht mehr gut aber du sagst ja auch das auch schon wieder verräterisch ist wenn man jemanden versucht sein lügen zu unterdrücken dass man das auch kann indem man zu lange in die augen guckt weil ich dachte ja beim lügen das in die augen gucken heißt belief mir baby ich sage dir die komplette die wahrheit ja und weil das so ist weil jeder das glaubt gucken die leute genau dann in die augen meistens wenn sie nicht die wahrheit sagen also angenommen ich frage ich stelle jetzt eine frage brauchst du den gedanken zu beantworten wenn du nicht willst nur aber zum beispiel der der teppich in deinem kinderzimmer weiß noch wieder ausgekommen der teppich in deinem kinderzimmer so drei vier jahre alt war es noch wieder aus und ich kann nur gucken oder überlegen ich kann nicht ein mensch das heißt wenn wir nachdenken dann rufen wir die information irgendwo ab und wir helfen komischerweise mit den augen die information zu suchen ja aber der teppich ist natürlich ganz hinten ja aus der kindheit ist natürlich er sah so aus ja aber das wichtige ist was weggeschaut um die information abzuholen mit den augen guckst du kurz weg wenn du mich jetzt angelogen hätte ist dann hättest du nicht weggeschaut das heißt normalerweise wenn jemand mich die ganze zeit straight anschaut und sagt immer die antwort kann ich davon ausgehen zumindest habe ich dann noch mal nach können wir noch mal fliegen 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 flirten flirten und lügen ja also beim flirten sagt man denkt ja immer flirten geht über die augen geht es aber gar nicht flirten geht über die füße kann man einen direkten spiel mitmachen könnt ihr alle mitmachen können aber dann würden wir das mal eben da irgendwo zum gucken oder weil wie man sieht uns hier nicht mehr wenn jetzt alle mitmachen dann sieht man sowieso also ich würde jetzt zum beispiel stehen und ich und til würde schweiger würde ich jetzt hier sagen dass die schweiger nicht so toll aber da mag ich jetzt auch gar nicht so hin und dann würde ich mich glaube ich jetzt hier so ich glaube so hinstellen ich würde jetzt glaube ich weder so ein beim flirten sagst du irgendwann beim flirten wenn wir richtig gut miteinander flirten oder ihr beide richtig gut mit der jahre würden die füße in die richtung zeigen von der person auf die du dich gerade voll konzentriert und wenn jetzt zum beispiel irgendwann sie irgendwas sagt was du nicht gut finden ist oder hast keinen bock mehr weil du merkst genau dann zeigen die füße irgendwann richtung ausgang das heißt du wirst zu höflich wegzurennen aber mit den füßen gehst du schon mal vor da kann ich davon ausgehen naja so in fünf minuten spätestens wird er sagen ach du ich habe ja ganz vergessen termin und wird dann gehen meinst du wirklich manchmal will einer vielleicht gar nicht gehen sondern hat ein bisschen bandscheibe jeder der die sendung sieht wird jetzt nicht mehr den menschen in den augen schauen wo man am meisten erkennt glaube ich in den augen sondern nun auf die füße endlich haben sich die teuren schuhe gelogen was übrigens ganz eher auf wenig zu wissen beim flirten ist sobald die frau meistens die frau sich so hinstellt noch so heißt jeder sagen würde zugemacht nee jetzt jetzt kannst du nicht mehr wegrennen wenn also wenn du dich so hinstellen nachdem ich dich angesprochen habe weiß ich das glaube die frau bleibt stehen gerne eine schmale silhouette erzeugen und kreuze meine beine ja aber auch selbst jemand ein selfie macht selbst wenn das der grund wäre würde das ja heißen du gehst davon aus dass ich so genau hingucke dass du dich schmaler machen ja und dass ich wegrennen also eine pose bei der du selber nicht wegrennen kannst ist auf jeden fall ich mag es ja dass du diese sachen erzählt aber ich bin ich empfinde mich beim flirten als komplett unkontrolliert deswegen bin ich so erstaunt dass es so viel gibt du sagst ja auch immer es gibt dieses die hände alle mitmachen alle die hände falten wirklich daumen über kreuz ganz wichtig ja weil es ist wissenschaftlich erwiesen dass diejenigen von uns allen die jetzt den rechten daumen oben haben die am besseren sex als die anderen so und ich habe es gerade schon gesehen vielleicht soll ich sagen freut euch nicht zu früh das stimmt nämlich nicht ganz genau umgekehrt ich hätte mich jetzt auch gewundert ich muss das kann nicht stimmen das war ganz cool da hatte ich in stuttgart letztes jahr nicht ein auftritt war ich ganz genau da kam nach dem tourprogramm kam ein mann zu mir an büchertischen sagt tors das verstehe ich nicht bei mir lag der linke da oben bei meiner frau der rechte mit wem hat die sex aber soll ich dir mal was sagen das ist gar nicht das ist ein joke das stimmt so reine hat ihr auch geguckt du sagst ja auch beim flirten gibt es so bestimmte zeichen wie hohlkreuz machen auch ja frauen holt man sich dann so ist aber wie bei den affen oder popo zeigen ja und mit also natürlich ein bisschen wobei ich bevorzuge es zu sagen sie streckt das durch damit die beine länger entscheiden und die brüstegröße erscheinen und das sind natürlich unschlagbare waffen für das heißt brust raus ein bisschen länger ich über hoch und die beine über kreuz und ist es mit hohlkreuz so ja man dann schon mal signalisiert zingen so ist es nicht da könntest du ich glaube nicht dass das der hintergrund nein haltung die beine erscheinen ja auch länger dadurch so eine hohe kreuz und lange beine finden männer sehr attraktiv ja ja schade und mit abstand sagst du ja auch das eigentlich ist ja immer diese handbreit die ich ja sehr angenehm finde ja genau genau abstand aber beim flirt ist das was anderes beim flirt wollen wir da nahe kommen wenn ich wissen wollte ob das wirklich interessiert bist oder nicht da würde ich einfach mal kurz den schritt nach vorne gehen und dir was erzählen wenn sie dann wieder schritt zurück und es gibt zwei möglichkeiten entweder wenn ich einen schritt nach vorne gehe gehst du direkt einen schritt zurück dann weiß ich aha das wird wahrscheinlich erst mal nichts oder du bleibst stehen es wäre ein gutes zeichen ich gebe auf jeden fall einen schritt zurück weil es gibt es auch zwei möglichkeiten entweder du bleibst stehen immer noch ein gutes zeichen noch ein besseres zeichen du fandest gerade so cool du kommst du schritt auf mich zu gott ich sag ich jetzt ja und dann ja ich dazu denke ich also nimmer hause aber dann gehe ich so zwei schritte mit ja und das ist ein gutes zeichen ach gott es gibt doch nur ärger und dann erst drehe ich mich um das stimmt das macht man ja es ist ja lustig oh gott ich kann gar nicht mehr normal weiter flirten jetzt ohne dass nicht immer die ganze zeit besser jetzt wenn du das weißt gibst du mir mal mein heftchen ich habe noch so spannende sachen da drin stehen was wir noch machen wollen ist es für dich eigentlich doof wenn du menschen beim lügen wenn du sie überführen willst und die benutzen botox ja das ist ganz doof weil da ist keine regung mehr da abgesehen davon ich würde davon ausgehen dass wir davon abraten botox zu benutzen weil die gedanken wirken sich aus auf den körper aber der körper wirkt sich auch aus auf die gedanken das heißt studien haben gezeigt wenn einer nicht mehr richtig lachen kann weil er botox irgendwo im gesicht hat da ist er wirklich nicht mehr so glücklich wo ist das so das ist so wie deine übung mit diesem wenn man am wenn man sagt man würde morgens erst mal eine stunde so machen und sich eine minute sich hoch orientiert dass der ganze tag was wusstest du dass das der ganze tag wenn du morgens schon anfängst glaube ich alles hochreißt eine siegerpose eine minute dann geht der ganze tag ist super und wenn du aber morgens die anti-sieger pose nämlich so macht verkackt ist verkackt ja mache jetzt jeden morgen weißt du stadt sport vielleicht geht es ja dann auch weg nee das macht ja nicht mehr so viel auf die fall kommt hier auf und einmal hinstellen beide arme hoch schalala da interessiert es keinen wir waren hier haben hier sechs leute gehabt die band die sprung machen sollten für eine fernsehsendung und wir haben das auch mit diesen siegerposen ausprobieren wollen weil ich konnte das erst selber nicht glauben und da sind wir mit diesen sechs leuten sind wir auf diesen band die turm hoch und haben die gefragt würdet ihr runter springen haben die alle sechs gesagt ja wir wollen springen und habe ich die in jeweils zwei gruppen aufgeteilt drei leute drei von denen sollten eine minute lang so eine siegerpose machen also ich echt so hinstellen und sagen hier ich sich vorstellen sie wären schon gesprungen das richtig toll finden und die anderen die sollten sich so hinstellen dass die beine so ganz nah zusammen und so nach unten gekauert nach unten gucken so sich klein machen angst pose einnehmen dann sind wir mit denen auf diesen sprungturm hoch und haben gemessen wie lang brauchen die um abzuspringen und die leute die eine angst pose gemacht haben von den dreien ist einer gar nicht gesprungen obwohl er vorher gesagt hat die springen auf jeden fall darunter 1 2 2 haben die arbeit haben so ungefähr 30 sekunden gezögert bevor sie abgesprungen und die drei anderen sind direkt weniger als zwei sekunden haben die gezögert alle drei sofort gesprungen und wenn wir noch mal zurückkommen wenn ich jetzt eine frage stellen würde ja und du würdest ihn bei der antwort beobachten du könntest schon vermuten ob das dann wenn ich jetzt ich stelle die frage und du guckst ihn mal an es gibt nur eine chance hast du jemals in deinem leben eine schauspieler ist gut war mit dir an nimmst du hinter dem rücken in eine von deinen beiden händen aber wichtig ist die münze muss wirklich in einer deiner beiden hände sein das wichtig darf sich jetzt nicht dran kriegen und die münze in die tasche stecken okay ich nehme sie in eine dann habe ich ja jetzt mit beiden händen nach vorne ja sehr gut jetzt kann ich zum beispiel kennt ihn ja schau mal es ist ja hält die daumen nicht gleich schon mal der daumen der rechten hat dazu angelegt und die kleinen finger sind auch nicht gleich der kleine finger der rechten hand ist so drin der kleine finger von dem ist parallel aber das ist jetzt nicht uns spannend er hat eine 50 50 prozentige chance okay aber es heißt okay bist du rechts oder links oder mit welcher hand schreibst du normalerweise links okay jetzt mit der hand drehen mal um und mach auf ich habe gesagt ich schreibe mit links ich weiß aber ich sage es sind der wäre gewesen wenn ich gesagt hätte ich schreibe mit rechts hättest du dann gesagt der weiß ich nicht genau wie machst du denn das ich verstehe das ist das zaubereit das kann ich noch mal er darf jetzt hinten hin und her mischen oder ja klar ist übrigens spannend also die tatsache aber jetzt dabei bleibt oder ob er wechselt die verrät uns jede menge über seinen charakter das ist ja so geil beim schnick schnack schnuck also wenn man denkt macht er das jetzt noch mal oder nicht und jetzt aber du hast jetzt nicht liegen lassen oder was sie da drin gehen mal mit einer hand so über die andere drüber bleibt dann so was muss ich jetzt noch ein bisschen wenn das jetzt wieder klappt dann glaube ich dass du wirklich zaubern kann dann sagen wir wir kennen an der das aber kann aber dann fange ich an das glück man versteht es nicht ich verstehe es nicht ich weiß nicht wahnsinnig ich weiß nicht wahnsinnig ich weiß nicht wahnsinnig ich weiß ja aber Viel bei mir besteht ja auch aus Geheimnissen und ich verrate ja ganz viel in der Show. Aber dieses eine Geheimnis, das verrate ich jetzt gar nicht. Das ist aber voll gemein. Guck mal, ich habe so Sachen, das finde ich so lustig. Kannst du damit was anfangen? Kannst du damit was anfangen? Ja, oder du machst das mit Till. Ja, mit allen machen wir das. Oder wir machen es mit allen. Okay, dann machen wir das so. Also, ich zähle jetzt bis drei. Komm mal mit rüber, gucken. Und wenn ich sage drei und jetzt, dann liest bitte jeder von euch laut und deutlich, die drei Wörter hier vor. Also bei drei, alle laut und deutlich, die drei Wörter hier. Fertig? Drei, zwei, eins, jetzt. Tisch, Gabel, Blatt. Sehr gut, genau. Und jetzt machen wir was ähnliches nochmal. Ich zähle nämlich gleich eins, zwei, drei und sag jetzt. Und dann sagt ihr aber nicht die Wörter, die hier stehen, sondern ihr sagt die Farbe, in der die Wörter geschrieben sind. Also die Wörter spielen gar keine Rolle, die Buchstaben sind vollkommen unerheblich. Ihr sagt einfach die Farbe, in der die Buchstaben, die Wörter geschrieben sind. Fertig? Drei, zwei, eins, jetzt. Grün, grün, blau. Ach so, scheiße, was? Schwierig, das ist gar nicht so einfach. Ach, scheiße. Nochmal? Nein, das können wir auch gerne nochmal machen. Ist das schwer? Das geht überhaupt nicht. Genau, darum geht's. Das heißt, wir sind totale Gewohnheitstiere. Ja, bitte. Man müsste jetzt sagen, grün, rot, blau. Ja, blau stimmt sogar. Wir sind voll doof, glaub ich. Der Mensch ist doof. Komm, wir sammeln mal Bierdeckelchen ein. Ja. Wir setzen uns hier oben rauf. Kommst du hier rau hoch? Ja. So. Dann bin ich jetzt ja mal sehr gespannt. Ja, ich auch. Hoffentlich jetzt nicht so kompliziertes Zeug. Genau. Wir sind noch zwei schon mal. Können wir mal gleich nehmen. Wie erkenne ich einen Fake-Orgasmus? Das musst du jetzt Thil mal erzählen. Also, das weiß ich nicht. What? Du bist ja auch verheiratet. Hast du deiner Frau nie in die Augen geguckt? Das Interessante ist, wir finden einen Schlafzimmerblick deshalb so toll, weil wir beim Orgasmus genau diesen Blick machen. Ach. Das heißt, wenn der Schlafzimmerblick beim Orgasmus fehlt, dann ist er nicht echt. Wie geht der denn? Ja, so genau. Ich bin zu oft, wenn einer im Drehbuchsteigen, die guckt mit Schlafzimmerblick zur Moderatorin. Was ist denn Schlafzimmerblick? Das ist der, glaube ich, halb offen, ne? Genau. Die Augen sind so halb geschlossen. Die das? Nee, das ist, glaube ich, so. Ich glaube, da waren sämtliche Orgasmen, die ich hier erleben durfte, vorgespielt. Ich glaube, das ist das, was ich dir gerne mit nach Hause geben möchte heute Abend. Ja. Dass du dir das einfach mal mit nach Hause nimmst und mal drüber nachdenkst. Ich musste 50 Jahre alt werden. Hättest du mich mal früher gefragt. Ja. Ist bei dir schon mal ein Trick daneben gegangen? Ja, natürlich. Das passiert. Dann gehen auch mal Sachen daneben. Also ich habe sowohl Menschen auf der Bühne, auch ich selber bin ein Mensch. Das Schönste, was daneben gegangen ist, war in Wiener Neustadt. Weiß ich ja ganz genau. Da habe ich ein Spiel gespielt, das bestand darin, dass ich einen Mann auf die Bühne gebeten habe. Und der sollte im Publikum sich eine Person aussuchen und die beschreiben. Ja. Und der Zettel wurde dann zusammengefaltet, kam in den Umschlag. Ich habe den natürlich nicht gesehen. Und meine Aufgabe war dann, diesen Umschlag der Person zu geben, die darin beschrieben wurde. Und die hat sich dann ihre eigene Beschreibung vorgelesen. Und ich bin an dem Abend losgegangen und dachte mir, da saß eine sehr attraktive Frau, die hätte ich ausgewählt, der gebe ich mal diesen Umschlag. Und dann macht die das auf und geht auf die Bühne ganz groß, steht im Spot und macht diesen Umschlag auf und öffnet den Zettel. Und da steht dann drauf, Mann mit Glatze. Es hat nicht geklacht. Wie hast du das dann gelöst? Indem ich gesagt habe, offensichtlich habe ich mich geirrt. Und die haben alle gedacht, das ist ein Joke und jetzt kommt der zweite Umschlag mit. Das Interessante ist, dass tatsächlich dieser Gag, dieser Lacher, der war so groß, dass alle gedacht haben, das macht er jeden Abend. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch vermutet. Hast du auch einen schönen Zauberstab? Na, was ist schön, ne? Das liegt im Auge des Betrachters. Ist das dann doch noch so? Ist das dann doch noch so? Wer lügt besser, Männer oder Frauen? Eine Frage, die immer wieder kommt. Was sind die Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Es gibt da keine Unterschiede. Es gibt andere Gründe. Männer lügen in der Regel, weil sie sich selbst erhöhen wollen. Also die erzählen, ich verdiene so und so viel. Das stimmt aber gar nicht. Das ist viel weniger. Oder das Auto hat weniger PS, als sie sagen. Oder sie fahren gar nicht das Auto, das sie behaupten. Das heißt, die erhöhen sich damit selbst. Oder Frauen haben multiple Orgasmen seit Jahren. Oder sowas. Genau. Meine natürlich. Nur meine bei mir. Und Frauen lügen, also nochmal, wenn man es ja über einen Kamm scheren will. Aber Frauen lügen in der Regel eher, damit es dem anderen besser geht. Die sagen, das steht dir gut. Siehst du, Empathie. Du hast nicht zugenommen. Ja, okay. Du brauchst natürlich das neue Paar Schuhe. Steht dir gut. So was. Hätte ich auch gekauft. Genau. Das sind eher Frauenlügen. Was mich immer wundert ist, sowohl bei mir als auch in meinem Freundeskreis, dass Männer, wenn die fremd gehen, immer so extra doof sind. Also extra doof im Sinne von, die lügen schlecht, lass ein Zettelchen irgendwo, damit die Frau das findet. Ja, weil sie doof sind. Sind sie wirklich doof? Ich würde mal sagen, ich bin hier nicht der Spezialist, aber mit meiner Lebenserfahrung, mit meinem Wissensstand sage ich ja, Frauen können viel besser lügen als Männer. Ja, das würde uns nie passieren. Weil sie empathischer sind als Männer, weil sie eine emotionale Intelligenz haben, die höher ist als der Männer. Früher war es immer so. Früher hat man gedacht, so 50 Prozent der Männer gehen fremd und irgendwie jede 20. Frau geht fremd. Ich habe damals immer schon gedacht, das geht dann mathematisch gar nicht. Das muss doch, wo kommen die denn her? Und dann irgendwann, nach neuesten Untersuchungen, weiß man, dass Frauen mindestens genauso oft fremd gehen wie Männer. Hätte ich dir schon vor 20 Jahren sagen können. Habe ich damals auch gedacht, also mathematisch. Ja, ja. Das ist einfach so, weil das stimmt, was du gesagt hast. Also Männer, diese Umfragen kamen zustande, weil die Männer eben gesagt haben, klar, ich habe die und die und die und die, um damit anzugeben. Und die Frauen haben natürlich gesagt, das muss doch keiner wissen. Hast du heute, unmittelbar vor der Sendung, auch eine Siegerpose gemacht? Ja, ich habe eine Siegerpose gemacht. Ja, könnt ihr da drüben fragen. In der Garderobe, die haben das gesehen, ich habe eine Siegerpose gemacht. Wollen wir das nicht einmal zum Schluss einmal machen, um für die Band, die uns am Schluss jetzt nach Hause spielt, nochmal einmal ganz schön Energie zu haben? Ja, klar. Das würde ich ganz schön finden. Ja, klar. Das ist ganz einfach. Nee, du brauchst gar nicht. Rocky ist das schön. Aber die Tartout-Melodie singen. Aber die Pose heißt ja, dass er nichts dazu sagen muss. Ach so, die Pose reicht schon. Wie geht die denn so? Ja, also das ist ganz spannend. Für mich gehört Musik dazu. Ja, dann mach Musik dazu. Musik ist... Und ich freue mich auf unsere Musik, die jetzt kommt. Aber weil es gleich so geil und laut wird, bedanke ich mich jetzt schon mal natürlich bei Til Schweiger, meinem Lieblingsschauspieler, bei meinem Lieblingsmentalisten, bei Thorsten Habener, bei meinem Publikum heute Abend, bei meinen Shanti-Jungs und natürlich bei EXCLUSIVE! Ein Nachtmensch lebt seinen Traum, die Stimme der Zeit reiht ihn an. Elektrisch blendet die Stadt. Wir sind vor immer im Pakt mit der Nacht. Sie sagt... Ein Leben wie Licht! Ein Leben wie Licht! Ein Leben, das niemals erlischt! Ein Leben wie Licht. Ich will ein Leben wie Licht! Ein Leben, das niemals erlischt. Und ich vermisse diesen Tag und nie mehr draußen war im See Alles war blau und gold Und ich vermisse diesen Tag und nie mehr draußen war im See Und tiefer im Rausch dieser Kunst Ein Nachtmensch lebt seine Traum Sie sagt, ein Leben wie Licht, ein Leben wie Licht Ein Leben, das niemals erlöst Ein Leben wie Licht, ich will ein Leben wie Licht Ein Leben, das niemals erlöst Und ich vermisse diesen Tag und nie mehr draußen war im See Alles war blau und gold Ein Leben wie Licht, ein Leben wie Licht Ein Leben, das niemals erlöst Ein Leben wie Licht, ich will ein Leben wie Licht Ein Leben, das niemals erlöst Und ich vermisse diesen Tag und nie mehr draußen war im See Alles war blau und gold 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 Kleid Alles war blau und gold Alles war blau und gold Alles w祝 playing Tun SPD Beide etz